Ich heiße Jasmin Eilig und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Maya Müller und ich bin 15 Jahre alt. Ich heiße Christina Schneider und ich bin 16 Jahre alt. Wir wohnen in Nazareth. Meine Familie sind Musikhörler und Tänische Filme. Ich gehe auf diese Schule und ich bin in Nazareth im Klass. Wir haben 16 verschiedene Fächer. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch. Meine liebste Farbe ist gelb. Meine Lieblingsthäle sind Hunde. Mein Sternzeichen ist Löwe. Tschüss! Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017